Musik 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 Sooo Na dann... Einmal mal wieder in unsere Pfirschenheim zocken Ähm... Spiladen Ach du Heimatland Ähm... Das war der letzte Spielstand Laden Na da wollen wir mal Für Valhalla So wo war man denn stehen geblieben Ähm... Palim Palim Wir haben kein Leder drin Ähm... Hier wird noch gebaut Das ist sehr nice Nein 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 Ihr bleibt dort Ach es war wieder Mausrad Ähm... Am Brunnen Am Brunnen Muss einer beschäftigt werden An den ich nicht mehr komme Ja nice So... Zwei Mann Bei dem Bei dem wird einer beschäftigt Erste Mal Das reicht Da ist einer Da ist einer Da ist einer Und... Und... Hier machen wir mal zwei hin Sooo... Ähm... Ressourcen Ressourcen Aber noch nicht Wirklich genug Sooo... Okay... Das... Das sind die Speer... Na... Mach doch mal... Schildträger Speerträger Axtkämpfer Wir haben aktuell Sechs Axtkämpfer Uh... Dort reicht ja hinten und vorne nicht Ähm... Mh 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 mh... So einen Ofen bräuchte man natürlich auch Oh... Oh nein... Oh... Hallöchen Der Druide... Kommt jetzt erst einmal dazu Ähm... Den stell mal da hin Eingang ist dann dort Ähm... Stell mal dich... Na komm... Wird weiß... Da hin Ähm... Die Einheiten können dann... Ja... Keine Ahnung... Die... Bleiben erst einmal dort Das war der Holzfäller? Ne... Das war er Du gehst hier Bäume fällen Und du kriegst noch Unterstützung dazu So... Das war der... Je-Jean Der kriegt auch nochmal einen Dann haben wir 12 Lied Oh... Nice, nice Wir können immer noch nix machen Wir brauchen neue Hütten Ähm... Ein Haus Da hin Und... Und... Oh... Jetzt... Ähm... Alter... Jetzt passt das... Wow... So... 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 Eine Bootswerft... Würde ich halt auch gerne... Nochmal... Allgemein... Erstmal ein Boot Äh... Äh... Wieso kann ich das nicht drehen? Das ist ein bisschen Beschiss So... Ja... Du kriegst deinen Druiden... Bitteschön... Ähm... Mh... 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 Übernimm die Kontrolle über Ruhlstein 1 von 6 Was... Was machen die denn eigentlich? Bereits besucht... Eine alte Statue Nordsköller Die von Siedlern in der Nähe vererbt werden Einige der Runen auf der Steinoberfläche leuchten hin und wieder auf Ja... Schön... Oh... Mhmhm... Ähhhh... H... Hahaha- Das war der, der Stein und Erz ist damit Und der hat dann auch ... who te do's tun Ahㅎ ... Jets... Die brauchen 25 als drei Eisen Und wir haben grad noch 5 Ja komm, ihn mal herstellen und Bogenschützen. Ich brauche eindeutig mehr Ressourcen. Das geht so mal gar nicht. Hier hatten wir Raseneisen vorkommen. Gut, die sind fertig. Ihr kommt mit dahin. Sechse, Elfe, Zwölfe. Damit können wir noch keine Schlacht gewinnen. Das haben wir schon. Okay, ich müsste eigentlich oben die Bäume genauso abholzen. Fischer, äh, ne, ne. Die Akte habe ich doch. Ne, ich will hier Holzfäller haben. Kommt nochmal ein Holzfäller hier hin. Äh, so. Die sind auch fertig. Ich hätte mal 17 Einheiten. 17 Stück. Dort reicht doch hinten und vorne noch nicht. Machen kann ich hier halt einfach noch gar nichts. Waffenschmied. Äh, Langbögen. Ach du Heimatland. Ja, ne. Ich brauche hier auch nochmal so einen, äh, von der Sammlergilde. Da ist vorne. Äh, ne, doch. Das müsste vorne sein. So. Ähm, dein Abholzgebiet ist, ja, hier. Und da kriegst du gleich nochmal zwei mit rein. Ihr kommt jetzt einfach mal, just for fun, alle nach hier vorne. Ja. Ah. Das Boot. Ist fertig. Uhhh. Uh. Oh ja. Ciao. Alter. Das ist gleich einer umgefallen bei uns oder wie. Ja, der Speer ist tot. Alter, mach dir mal was Wir fallen ja wie die Fliegen Es sind immer noch drei Gegner Hör, ist weg Einer noch Jetzt haut ihn doch um Alter Ihr bleibt definitiv erstmal hier vorne Weil von hier kommen sie alle Oder sind die von hier gekommen Ist hier irgendwo ein Boot Nee Dahin mit euch Oh, ich brauch noch viel mehr Ich bräuchte auf jeden Fall wieder Speer Komm, ihn mal herstellen Los, mach das mal Und danach machst du das da Ein Lager wäre vielleicht von Vorteil Allerdings wüsste ich nicht wohin Außer vielleicht hier hin Oder passt das noch hier dazwischen? Ja So Nice So Der braucht jetzt Menschen zum Arbeiten Ähm, die Speer sind wieder da So So Du Erntest jetzt hier, komm ich brauch das Eisen Ich muss noch viel mehr Hütten machen Das geht einfach gar nicht hier Was? Neun Stücklei Alter Ich kann keine mehr machen hier Wir werden überrannt Ne Die machen uns jetzt Tot In ne Fischerhütte Die Schweine backen Alter, wir werden hier eiskalt gerade überrannt Das geht gar nicht Komm, schieß die doch mal ab Tötet sie Ist das jetzt unser Schiff? Das ist jetzt unser Schiff Geil Alter Schwede Und doch, jetzt kann ich deine Fischerhütte Jetzt baue ich die woanders hin Geht nicht Wow Oh, wow Das ist nicht schön Das ist nicht schön Was braucht man denn? Eisen Ähm Werft Waffenschmiede Gerberer Sammlerguilde Ich brauch den hier Ich brauch dazu Stein Jetzt So So Ach ne Da reicht einer aus Das erste Mal So Ähm Da floriert alles Und hier auch Mann Mann, Mann, Mann So Wir stellen mal zwei Ja doch Zwei Ja So Jetzt kommen hier noch ein paar Hütten hin Ich brauch noch mehr Bewohner So Da sind Bäume im Weg Das ist nicht schön Hier unten will ich ungern weiter bauen Das man gleich von Anfang an angegriffen wird Jetzt haben wir gleich wieder Eisen Yay Die fünfe Die dreie Die Sechs Widerstandsfähigkeit Gehen wir fernkommen Okay 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 Oh Jetzt ist das Boot weg Oh Schade Das war ne Jägerhütte Ne Holzfäller Ich hab ne Jägerhütte Holzfäller Sammler Jagdhütte hier Ja gut Okidatama Sehr schön Kann ich jetzt Nein Kann ich nicht Kommt die ganze Zeit Essen rein Ich brauch aber Alles andere Als das Jetzt kann ich wieder Ja Ähm Speer 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 Und Wir machen Die Nochmal genau Es wird mir lange aufs Warten Dass ich mich lange angegriffen werde Hier Gut Die ersten haben wir Hier kommt da hin Ähm 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 Die sind noch nicht fertig Was ist mit Den hier Wollen die noch Ähm Ähm Nee Die scheinen wohl Nichts mehr zu wollen So Die sind fertig Dann haben wir 20 Einheiten Plus 2 Späßen 22 Dann Kann Ich Ja Das hat sich einfach von alleine wieder angeschalten Nice Hau Ähm 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 Willst mich doch Wie oft greifen die denn an Bitteschön Also Wie kann ich gar nicht hinterher produzieren Mann 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 Aber jetzt fallen die viel schneller als vorher As you wish Okay die haben schon wieder aufgewertetes Zeug Das ist nice Ähm Ich könnte tatsächlich die Bögen nochmal machen Was brauche ich denn hier Eisen und Klamotten Eisen 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 Hier Jetzt direkt erstmal das nehmen So Dahin Gleich nochmal eine Einheit machen hier Die greifen immer von hier an Das heißt ja normalerweise Dass dann da drüben Gar nichts wäre Ähm Hm Hm Oh Alright Dann Hau ich in eine Werft Nee Was kostet mich die Palisade Ein Holz bloß Sag mal Kann ich dich überhaupt irgendwo bauen Hä Kann nur auf der Palisade platziert werden Ah Okay Und die geht nur hier Ich brauche die Upgrades für das Haus Crest Crest Building Radius Plus 10% Crest Plus 10% Also ich könnte plus 30% Dazukriegen Ja Doch stellt sich aber jetzt die andere Frage Wo sind die Runensteine Also die Einheit würde ich halt schon gern alle hier drinnen lassen Und mit den dreien die ich jetzt mache werde ich kämpfen gehen Es ist halt nicht so schön Wenn man nicht genug Ressos dann hat Ähm Ein Brunen eventuell nochmal Nö Gut Da ist alles bedient 50 Steine Wie soll ich denn da rankommen Bitte schön Halle der Ältesten Das muss ich auch noch alles bauen Oh my god Aber Moment Bei 6 Runensteinen Wie viel brauche ich Genau für 1 3 Runensteine Bokulauf 70 Hm Das wird hinten und vorne noch nicht reichen Hier brauche ich jetzt wieder Häuser Oh man Ich brauche noch mehr Häuser Ähm Kann ich Eventuell Ja Das geht Da noch 1 Eventuell Dreh dich bitte Da noch 1 Da müsste ich noch ein paar Einheiten machen können Hm Da ist die Leiter Da ist die Leiter Ähm Ah ja komm Scheiß drauf Wenigstens Wenn von dort um angegriffen wird Dann möchte man wenigstens das dort haben So Zufriedenheit Ja Das war der Droide Oh Ah ok Es variiert immer Alles klar So Und jetzt können wir noch Wir haben 2 Speer Eine Axteinheit Eine Axteinheit Ich kann Ähm Einmal da Aber jetzt brauche ich Na gut Egal Die sind jetzt nur zum Erkunden da Der Gerberer Bitte Machen wir jetzt Klamotten Zuerst Zuerst Stell ich bei dir noch Einen ein Das müsste gehen So Oh I got it So Hier oben Ging Es Weiter Wow Na dann Die sind für die Verteidigung da Kann ich Kann ich Bitte Nein Falsches Haus Ja Hallo an alle die zuschauen Kampffähigkeit Kampffähigkeit Gruppe Aufstocken Rausch Erhöht Kraft Und Geschwindigkeit Verringert Aber Verteidigung Näh Alright Ich hab kein Speer dabei Das ist nicht schön Da komm ich nicht hin Aber da Auch nicht so richtig Ich muss hier unten Langen Okay Da ist wieder irgendwas Das ist alles im Wasser Das ist nicht schön Okay Unser Dorf wird von Räubern über Die sich im Wald verstecken Wir geben unser Bestes Jetzt müssen wir noch die Dullis finden Oh Okay Okay Hier scheint's dann Alright Ach doch da geht's dann runter Okay. Wir gucken aber erst mal hier hinten. Da kommt nämlich ein Berg. Okay, hier werden irgendwo die Räuber sein, wenn hier Wald ist. Irgendwo hier haben sie sich bestimmt versteckt. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Und da haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Nice. So muss es sein. Oh. Gleich mal neue Einheiten bekommen. Ist ja geil. Nein. Los. Kämpft. Die haben wir erledigt. Dann geht es hier weiter. Was sind das denn für Dullis? Ach, Wölfe. Alles klar. All right. Hier bleibt jetzt mal ganz kurz hier stehen. Ich... Scheiße, ich brauche schon wieder neue Häuser. Oh Mann, 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 äh... Eins. Komm, Bau. Zwei. Drei. Vier und Nummer fünf. So, das sind dann wieder ein paar Einheiten. I got it. Alter, wie weit geht es denn hier noch, bitteschön? Gut, weiter will ich jetzt nicht, äh, aufdecken. Hier oben wird es nicht weiter gehen. Ich würde gerne zu dem Turm. Gut. Bis die da sind. Häuser stehen nach und nach. Eins. Zwei. Das war es schon wieder. Wow. Was? Hunger? Warum? Sammler. Jäger. Warum haben die für immer Hunger? Das dürfen die nicht haben. Ja, Hunger. Schön. Da unten sind bestimmt Gegner. Das haben wir befreit. Alter, warum? Hab ich grad irgendwas? Nee. Hier. Was denn? Hier. Jetzt kommt ihr mal. Dahin. Kann ich den jetzt ein reinhauen? Ja. Ja. Hier. Dahin. Jetzt kommt das Essen wieder. Sehr schön. Der hat's weh, ähm... Kann ich jetzt... Was? Na, löscht es doch. Das kann ich doch... Das müsst ihr von alleine machen, ihr Dullis. Ja, ich kann das nicht. Oh, I got it. Ähm. Und schon wieder kein Essen. Ähm. Hallo? Würdet ihr bitte mal und so... Sonst muss ich hier noch... Tatsächlich noch mal einen Brunnen bauen. Ich hab's ja so dicke mit den Ressourcen, ne? Ich hab das grad erst gebaut? Mann, Mann, Mann. Ähm. Hier oben waren wir stehen geblieben. Und die anderen pümmeln noch da oben rum. I got it. Ja, ihr habt Hunger. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trainingsglände werfen. Nein. Für Bauernhaus. Produziert Nahrung. Und heute wird im Winter nicht betrieben. Na, sowas. Krieg ich das da hin? Nice. Ähm. Ermöglicht das Anlegen von Weizenfeldern. Das wird dann hier oben irgendwo hinkommen. Irgendwo hier so. Ähm. Da müsste vorne sein. Bauen wir jetzt einfach mal Scheiß drauf. Ich brauch Nahrung. Lösch dir jetzt bitte mal das Haus. Ja. Ja, und jetzt? Ah. Gut. Haben wir das auch erledigt. Ich werde erstmal keine Einheiten mehr machen. Ähm. Hier oben war mal. As you wish. Oh. Schön, schön. Äh. Danke, Chloe, Jarl, dass du mir folgst. So. Ähm. Gib uns etwas Zeit. Und 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 und. Wir können einige Ressourcen entbehren. Ja, los. Hallo. Ähm. Ähm. Und jetzt? Äh. 30 Nahrung. Ähm. Dann werde ich bitteschön mal so viel Nahrung haben. Äh. Zu weit. Hier ist das Dörfchen. Alter. Ey. Ganz ehrlich. Die fressen mir die Haare vom Kobbe. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. So. Hier. Komm. Zwei Mann rein. Hier hinten. Zwei Mann rein. Los. Ich brauche Essen. Und. Äh. Die Bauern im Fischerdorf sind bereit für den nahen Winter. Bla bla bla. Ja. Hier. Boah. Ich brauche überall Nahrung. Alter Schwede. Ähm. Ähm. Weitschen Felder. Kann ich die jetzt irgendwie... Nö. Kann ich tatsächlich nicht. Okay. Moment. Da. Oh. Oh. Okay. Äh. So. Hm. 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 Irgendwo werde ich angegriffen. Ja. War wieder klar, dass sie von hier kommen. Das heißt, ich werde hier nochmal einen zusätzlichen mit rein machen. Wenn der auch auf die schießen tut, ist das nice. So. Das war ein Wasserträger. Schon wieder Feuer. Und es regnet. Äh. Ist klar. Okay. Hier haben wir jetzt ein Feld. Da werden wir... Geht das, wenn ich noch eins mache? Das geht tatsächlich. Uh. Nice. 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 Hä? Ach, leck mich doch. Machen wir das ganz anders? Ja, das geht nicht, weil auch noch was ist. Boah. So. Also wenn wir euch hier gleich im großen Stil was machen. So. So, ich hab noch. Ich, oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich dachte schon. Hunger. Da haben wir eiskalten Hunger. Hunger. Wir haben alles außer Essen. Das ist doch nicht mehr normal. All right. Das ist doch nicht mehr normal hier. Und ich muss immer noch Runensteine finden. Oh, Ressourcen. Meine. Da brennt irgendwas. All right. Ah, wir sind noch groß genug. Und wo? Nee, die gehören nicht zu mir. Hä, wo ist denn die feindliche Armee aufgetaucht? Bitteschön. Äh, nimm diese Ressourcen. So. Und jetzt? Sind wir jetzt mehr geworden? Nee, eigentlich nicht. So. Die werden erstmal weggeklatscht. Das geht ruckzuck. Komm, ist noch... Ach, hier kommt man dann... Okay. Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Ähm. Hier nochmal hin, bitte. Bevor ich jetzt irgendwas mache hier. Ich kann wieder Einheiten herstellen. Und zwar eins. Und was fehlt jetzt? Na. Da fehlt mir wieder die Nahrung. Ernsthaft. Och, Mann, ey. Da gab's wieder Nahrung. Ganz schnell. Wovor alles weg ist. So. Hahaha. Äh. Die wollen halt auch wieder 30 Nahrung haben. Holy shit. Ähm. Ich hab erstmal ganz kurz Speichern. So. Ich geh mal ganz kurz auf K. Und ich bin gleich wieder da. Aaaah. Und ich bin ganz ruhig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da bin ich wieder. Fortsetzen. Wir haben immer noch Hunger. Ja, wir haben immer noch Hunger. Ja, kommt jetzt. Irgendwo ging doch noch ein Pass nach oben. Da hin, genau. Hier kommt auch damit hin. Ihr seid definitiv für die Verteidigung zuständig. Hier oben wird weiter aufgedeckt. Die sind sehr lahmarschig. Na? Hallo? Muss ich jetzt ernsthaft so? Okay. Wo könnten noch Runensteine sein? So, Essen. Jetzt wird Essen wieder produziert. Nice. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Alright. Ja, Ressourcen. Ja, Ressourcen. Ähm, die haben alle keine Verbesserungen. Das ist nicht schön. So, dann kommt ihr dort hin. Nein. Da hin. Ähm, 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 ähm. Okay, die Bogenschützen sind jetzt auch fertig. Gut, das muss reichen für die Verteidigung hier. Das wird ja wohl reichen. Die Steine wurden abgeerntet. Dann gehen du jetzt dort hin. Und bei dir, die Holzfällerei, kann ich hier oben weitermachen. Hab ich da Platz für Häuser? Und eventuell für andere Sachen. Ähm, Halle der Ältesten. Könnte ich bauen? Ja, Schmackler, kannst du Ressourcen tauschen? Oh, sorg mir das doch eh noch. So. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich die Map hier komischerweise anklicken. Oh, schon wieder Ressourcen. Nice. Oh, ich habe es. Hm, 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 hm. Oh, ich habe es. Okay, hier. Dann geht ihr jetzt mal da runter. Aber bitte alle, wenn es geht. Hier gibt es dann nichts mehr. Nee, hier ist überall Berg. Jo. Also, einmal da hin. Hier oben waren wir doch. Ja, doch, da waren wir. Da können wir wieder was abgeben und kriegen wieder Glaube Einheiten. Da können wir dann Glaube von... A. B. Kämpfen. Los. Holy shit, alter. Reinstes Massaker hier. Reinstes Massaker, alter. Attacke! Scheiß drauf! Alles für Odin! Das ist das Massaker hier gerade! So, jetzt kommen wir aber auch von der Seite hier hoch und jetzt will ich mal gucken. Wir hatten das doch aber schon angeklickt. Oh, almost! Kann ich hier schon wieder interagieren? Ja? Kann ich. Meister, eine Gruppe erfahrene Krieger hat sich an einem Feuer ausgeruht. Okay. Ach hier, das war der, damit ich Verbesserungen bekommen bin. Nice! Warum nicht? Okay, hier kommt... Da komme ich nicht hin. Da komme ich leider nicht hin. Hier gibt es wieder eine Aufgabe. Haben wir doch aber alles. Jetzt... Uh, gab es wieder was. Äh, na, ein Wind davor. Schon wieder ein Feuer! Ey, kommt, ihr habt doch einen Brunnen in der Nähe. Verarscht mich doch jetzt nicht, ja. Wir bauen auf jeden Fall noch einen Turm. Der kommt hier drüben hin, bei den Fischerhütten. Da kommen wir nicht mehr hin, dann können wir tatsächlich wieder zurückgehen mit denen. Und zwar dahin, und dann gehen wir woanders aufdecken, beziehungsweise bauen uns ein Bötchen. Und machen das. Und machen das. Genau. So werden wir das auch machen. Das da, das da, das da, das da, das da. Und dann fehlt uns, fehlen uns wieder Hütten. Ja. Der Hölzferder sollte mal hier oben anfangen abzuholzen. Äh, hm, hm, hm. Die Hälfte von den Einheiten, die ich jetzt mache, werde ich hier unten mit dazu geben. Und die andere Hälfte kommt dann mit zum Erkunden. So, dann kommt dort nochmal, ach nee, ich brauche ja, äh, einen für, für den Wachtturm. Uuuuuhh. Upgraden. Upgraden, bitte. Mist. So, hier kommt nochmal Zwer rein. Dann, du, 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 du. Äh, tweeting. Aktive Arbeiter, Firm- und viertalte. Ich habe fast mehr Arbeiter als Kampf einhalten. Ja, gut. Jude. As you wish. Und ihr kommt auch dahin und die anderen gehen mit zu denen hier runter, genau. Ja, so machen wir das. Hau! Dahinter sind dann... Wie sind das denn dann? Ja... Mehr als genug. Ähm... Rüstung und die Äxte. Oh ja... So muss es sein. Dann haben wir die ersten Upgrades abgeschlossen. Und ihr kommt wieder mit hier unten hin. Das heißt, ihr... Hier haben wir alles aufgedeckt. Ihr kommt jetzt mal hier hin. Ähm... Der verarbeitet das sehr gut. Marktplatz. Genau. Den haben wir ja jetzt. Holz gegen Stein. Aha. Oh... Entschuldigung. Ne. Das ist mir noch ein bisschen zu blöde. Äh... Waffenschmiede, die hat... Die haben wir ja schon. Das haben wir alles. Fütter... Fischerhütter, Bauernhaus... Das haben wir. Bruno, Marktplatz haben wir. Halle der Ältesten. Die Halle der Ältesten. Na... Komm, bitte. So. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal an, für was hier oben das Tor ist. Alright. Ich denke mal, hier oben werden irgendwo noch Runensteine kommen. Äh... Bitteschön. Darf ich jetzt durch? Ich darf nicht durch? Ich darf nicht durch? Das von Ausseher bewacht wird. Es darf nicht ohne Erlaubnis durchgeschrieben werden. Hä? Wer? Aber... Ich. Wow. Wow. Ähm... Ja. Ach, schon wieder ein Feuer. Leck mich doch. Na komm. So. Dann werde ich die Einheit mit dem Boot fahren lassen, ne? Ähm... Die Halle der Ältesten, ne? So haben wir hier Clan der Krähe. Clan des Hirsches. Clan des Wolfes. Nehmen wir Fenrir. Den Sohn Lokis. Oder nehmen wir Eiktür. Den Donner-Hörstern Yggdrasil wohnt. Der Clan der Krähe gewährt Zugang zu Erkundung und Mystik-Fähigkeiten. Hm. Das ist schwer. Das ist schwer. Ja. Ich wäre hier eher für Eiktür. Weil Fähigkeiten und Entwicklung, Ressourcenproduktion... Wir werden schon wieder angegriffen. Wird im Winter nicht betrieben. Fallensteller. Coming soon. Okay. Okay. Hier. Komm. Alter. Waren wir hier gerade abgeschlachtet? Ähm... Alter. Haben die uns gerade so krass dezimiert? Holy Shit. Wir haben keine Sperrkämpfer mehr da unten. Ich brauche mehr Häuser schon wieder. Alter Schwede. Das geht langsam nur noch in die Ressourcen hier. Zum Glück habe ich mich für die Ressourcenproduktion entschieden. So. Auch wenn mich das jetzt so en masse kostet. Aber ich brauche mehr Einheiten hier. Eindeutig. So. Kommt der Druide noch bis dahin? Nee. War klar. Du. Mannst ist nett... Bauen. Da kommt unser erstes Spitzboot. Ich brauche unbedingt Sperrträger da oben. Verteidigung wieder. Die haben uns ja jetzt gerade so krass dezimiert. So. Der Bootsbauer baut das Boot. Sehr nice. Okay, der Obstein ist jetzt fertig. Motivation ermöglicht es, die Produktivität eines Gebäudes für einen Monat zu verdoppeln. Ermöglicht es, dir in der Nähe befindliche Arbeiter in einer Mitgliedseinheit zu sammeln. Steinbock. Schaltet das Segment der Steinbock-Schnitzerei in der Werft frei. Fruchtbarkeit. 50% Bonus auf die Geburtenrate von Bauern. Los. Die sollen mal hier schön Bumsi Bumsi machen. So, ihr kommt hier zur Verteidigung dazu. Das Boot ist fertig. Und ihr kommt jetzt mal alle hier ins Boot rein, bitte. Ich hoffe, ihr passt da rein. Ähm, passt ihr? Alter, bitte was? Wie wenig passen da rein? Und einmal alle bitte raus. Auch ihr, wenn's geht. Ähm. Ah ja, komm. Scheiß drauf. Wir lassen die erst mal drinnen. Oh, das Boot sieht so geil aus. Oh yeah. Ja. So, was gib ich denn an Ressourcen? Ja, schon wieder ein Feuer. Ey, leck mich doch. So, da oben waren noch Ressourcen im Wasser. Und das nächste bauen. Danke dafür. Wenn da auch mal jeweils drei Einheiten reinpassen, äh, muss ich zwei bauen. Okay. Das Boot war... Erstmal gucken wir, was wir hier kriegen. Okay. 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 Na ja. Könnte besser sein, um ehrlich zu sein. I got it. So, das Boot ist doch noch nicht fertig. So. Hunger! Naja, nix neues. Geht der Jäger noch jagen? Äh, hier. Hier ist einfach nichts mehr zu... Doch, da. Äh, das Boot ist gleich fertig. Na, das besteht hier nur noch aus einer... Ne, aus vier Mann. Ich wollte schon sagen. So, die nächsten gehen da rein. Und wir machen gleich noch das dritte Bötchen. So, Holz haben wir ja mehr als genug. Du fährst bitte mit zu dem. Da seid ihr erst mal safe. Ihr kommt wieder nach da hinten. Und ihr kommt zur Verteidigungseinheit. Ähm, forschen, forschen. Kann ich? Ich kann das nicht... Warum kann ich das nicht mal anklicken? Oder es ist fertig erforscht. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Wenn ihr das nicht wollt, dann... Lass mal sein. Den Tempel möchte ich gerne noch haben. Mal. So. Scheiß drauf. Ich brauch das alles. Das da. Ich wusste mal die ganzen Quick-Saves, ähm... Die Läden. So, ihr kommt jetzt auch... Ey, Boot. Auch... Da hin. Ich frage mich jetzt nur, wie ich die Einheiten da wieder rauskriege. Das muss ja normalerweise irgendwie gehen. Nein. Hm. Irgendwo, nirgendwo weiß jemand. Alright. Na dann. Meine tapferen Krieger. Ihr sollt euch nicht blockieren. Ihr sollt auch nicht mit dem Boot fahren. Was ist denn los bei euch? Ach, jetzt? Oh Gott. Okay. Ja. Ressourcen, Ressourcen. Die gehören uns. Auch wenn's nur Leder und Holz ist. Aber besser als gar nix. Und da haben wir wieder Hunger. Was ist das hier für ein Stein, Pinopel? Ich habe es geschafft. Okay. Bis dahin kann ich aufdecken. Da dürfte nichts passieren. Ähm... Jetzt hier. Der Tempel ist bestimmt fertig. Ja. Segen des Loki. Klar, äh... Klart den Himmel auf und verbessert die Sichtweite von einer hinten. Ne. Brauchen wir aktuell nicht. Ragnarök. Uh. Lasst einen Sturm heraufziehen, in der sich der Zorn der Götter entfesselt, wodurch feindliche Siedlungen zerstört werden. Hoho. Segen des Odin. Segen des Braki. Segen des Aegir. Segen der Freya. Frostet freie Flächen wieder auf. Ja, das... Werde ich mir demnächst mal alles durchlesen. Nicht jetzt. Kommen wir da durch oder nicht? Weibliche Schöp... Ja. Ey, was ist das für ein Adler? Das ist ein Speer. Und zwei Sp... Leu, wie wenig Einheiten das gerade waren bei den Gegnern. I got it. Okay. Da haben wir den zweiten Runstein. Och, jetzt fahr doch endlich mal. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie anlegen können. Das wird dann hier unten gehen. Gut, da brauche ich aber nur eine Einheit. Da muss ich mal gucken, ob ich die jetzt hier rausbekomme. Ich habe das. Ich habe das. Irgendwie muss ich die doch da rauskriegen aus dem Schiff. Ah, so. Na, da holt ich mal den zweiten Runenstein. Der ist ganz wichtig. Oh, ja. Oh, ja. Oh, yeah. und ab ins boot mit euch so das heißt jetzt dass wir hier den nächsten haben ja oh nice 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 das gefällt mir doch geht ihr bitte ins boot mit rein boah ich hab schon wieder weh ziemlich denn wo ist der marktplatz da ich will nahrung haben einnehmen so das kriegt was wir wieder nahrung so also den nächsten ruhm stein hammer as you wish so muss es sein so soll es sein hier können wir anlegen das heißt dort wird irgendwo eine feindliche base sein da bin ich mal gespannt ich will aber den ganzen nebel hier weg haben weil er meistens der nebel des krieges was Jetzt fängt es an zu regeln. Och, komm, ey. Alright. Es ist einfach ein Steinpinöpel im Wasser. Was soll ich dazu sagen? Okay. Wenn es hier jetzt nicht weitergeht und wir wieder bei mir sind, dann ist da drüben wirklich die Gegner-Best. Weil von wo sollten die Feinde sonst kommen? Da können die ja nur hier drüben sein. Ich muss euch vernichten. Expedition. Nee. Warum willst du nicht fahren jetzt? Fahrt mal bitte da lang. Ich möchte ja gerne alles aufgedeckt haben. Hier scheint wieder Ufer zu sein. Und hier auch. Scheint hier wohl doch ein bisschen größeres Land zu sein. Ähm. Gibt es hier oben irgendwas, was ich sehe? Nee, da kommen wir sowieso nicht hin. Aber ähm. Wir kommen hier hinter die Mauer. Geil. dü 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 dü. As you wish. Ha. Äh. Boah. Ressourcen ohne Ende. Geil. Nehme ich alles da gut an. Schön wäre es, wenn es mit 1000 Einheiten Nahrung wäre Und es macht mich stutzig, dass ich seit längerem nicht mehr angegriffen wurde Macht mich sehr stutzig gerade Nicht, dass hier gleich noch eine Seeschlacht beginnt Oh, oh, da halten wir uns doch mal ganz kurz fern Hier scheinen Gegner zu sein, von hier werden sie wohl immer kommen Ja Ja, von hier kommen sie immer Okay, das erste Boot is down Scheiße Wir haben verbesserte Sperrkampfeinheiten Die nehmen uns gerade auseinander Scheiße Kann ich mit dem vielleicht wegfahren, bitte Bitte, 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 bitte Wir werden einfach abgeschossen Passt uns, wir sind friedliebend Ihr kräft uns um einen Ich habe es Ich muss erst mal Okay, das normale Fischerhaus Okay Ich muss definitiv zurück Ich brauche mehr Pfeil- und Bogeneinheiten Das geht so nicht Die haben uns ja richtig auseinander genommen Ähm So Och ney Die werden uns auseinander nehmen Die werden uns so kaputt machen jetzt Wir müssen auf jeden Fall die Stadt dort zerstören Das geht nicht anders Das geht nicht anders Die verfolgen uns jetzt bis in unsere Base Scheiße 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 Ah Nein, nein, nein Nein, nein, nein Alright Ja Die werden uns jetzt kaputt machen hier Oder die gehen an Land Dann machen wir die kaputt Die gehen tatsächlich an Land All right Nee, gehen sie nicht Lol Ach der sieht den nicht Kommt Ja Nice On my way Okay Ihr kommt erstmal dahin Ihr seid zwei Bogenschützeneinheiten Ihr kommt auch dahin Definitiv So Was haben wir denn hier? Die Sammlergelde Wie kommt hier noch mit hin? Ich werde hier unten noch einen Turm bauen Drehen So Dann ist das hier unten Oh erstmal safe Hier kommt hier mit hin Kann ich jetzt Nee Ich kann hier wohl anscheinend nichts mehr machen Holzfäller Dahin Dahin Ihr dahin Und ihr auch hier hin Dann Ein Boot Hammer Brauchen wir noch eins Das sind jetzt Zwei Drei Drei Zwei Ja Ich brauche wieder drei Boote So Dann Kann ich hier Jetzt Nee Aber Bitte Lass es mich machen können Bitte 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 Es geht noch nicht Scheißen Dreck Es geht einfach noch nicht Das ist doch nicht Das ist doch nicht Schön So Drittes Boot Gut 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 Ich habe mir nämlich da Was überlegt Wie wir das am besten machen können Wir haben hier diesen kleinen Stöppel Wo wir an Land gehen können Und das werden wir Wohl in Angriff nehmen Anlock Zehn Technologien In Feldershall So Dann erforschen wir Das So Einmal Speichern So Ich habe jetzt wieder Anderthalb Stunden Wechsel Das reicht Für den Vormittag Ich hoffe Euch hat es bis hierhin Gefallen Im Stream Ihr könnt gerne Follower Da lassen Da verpasst ihr nicht mehr Wann ich streame Vor allem die Glocke Müsst ihr aktivieren Und heute Nachmittag Gibt es wieder einen Stream Mal schauen Was als erstes Auf jeden Fall Überwiegend Minecraft Modpack Zeopolis Eventuell Davor Noch ein anderes Game Mal schauen Und Ja Ich bedanke mich Dass ihr dabei wart Und Genießt den Tag Ich bedanke mich Glocke Hübsige Vielen Dank.